Dieses zu erwerbende neun Zimmer Einfamilienhaus liegt in Samobor. 1999 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Es hat neun Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 286 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 516 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 500.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.